Liebe Freunde von Madame Spana, das ist ein Teil der Schulbänke, die Sie mit Ihrem Spenden ermöglicht haben. Insgesamt konnten wir 100 solcher Bänke für die FDA-Schule in Brody anfertigen. 180 brauchen wir noch. Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende. Mit 30 Euro können wir eine Bank herstellen. Vielen Dank. Vielen Dank.